So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Teil 4 von Blackwood Crossing. Ich renne schon mal los, weil ich dieses Feuer eigentlich so schnell wie möglich löschen möchte. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas retten können, aber hey. Zünden wir unser Mahlbuch an. Warum nicht? Dann verbrenn den Hasen. Nein. Ja, aber die Zeitung reicht ja nicht. Oh, Scarlett. Das haben wir doch schon versucht. Das hat nicht gereicht. Das wird auch dieses Mal nicht reichen. Warum reicht denn das nicht? Mann. Warte, lag hier nicht. Ich dachte, dass sie irgendwo... Bist du nicht ein Feuerzeug? Offensichtlich nicht. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich falsch mache. Okay, wir rennen sofort. Lauf, Scarlett, lauf. Lauf, Scarlett, lauf. Ach so, hier ist das Fenster offen. Zu damit. Ich dachte, wir müssen jetzt irgendwie uns entscheiden, ob wir quasi einen Teil unserer Vergangenheit... Ach so, nein, du sollst hier auch die Zeitung anzünden. Ob wir einen Teil unserer Vergangenheit, also das Notizbuch, ähm, oder einen Teil von Fins Vergangenheit, den Stoffhasen verbrennen wollen. Aber offensichtlich habe ich bloß ein Fenster übersehen. Da bin ich ziemlich froh, muss ich sagen. Okay. Und jetzt, Gott, das hätte uns fast die Hand weggebrannt, aber das ist okay. Und jetzt Feuerlöcher... Nein, Feuerwehrfrau Scarlett, das wollte ich sagen. Schreitet zur Tat. Und löscht den Brand, den ihr verrückter kleiner Bruder gelegt hat. Komm. Löschen. Löscht das Feuer. Oh, he wants to do this. Scarlett, das ist... ...eigentlich nicht witzig. Äh, heiß, heiß, heiß. Ach, und sie läuft da einfach rüber, als wäre es nix, ne? Hier hat jemand Kassetten gehört. Scheint ein etwas älterer Zug zu sein. Ja. Finn, bitte. Es ist... Natürlich kannst du das, Scarlett. Komm, zieh es dir an. Ach, so meinte sie anziehen. Ich dachte, anziehen im Sinne von... Hey, guckt euch mein schönes Feuerkleid an. Aber das macht natürlich mehr Sinn. Hier hat jemand versucht zu zeichnen. Schien aber keine Ideen zu haben. Laufen wir jetzt einfach weiter mit diesem Feuerball rum? Scheint so. Ach, und da sind wir. Also, Vergangenheits-Wir. Was zum Teufel verbrennen wir da? Ach. Das war unser Planetarium, das wir da verbrannt haben, ne? Wir klettern mal hoch. Ach, aber unser Baumhaus ist doch auch abgebrannt. Ich glaube nicht, dass wir da noch viel finden werden. Naja, wir werden sehen. Was ist das für ein hoher Baum? Ach nee, es ist noch hier. Aber Finn hat das doch ange... Ja, es brennt. Ach, Finn. Ach, Finn. Oh, was? Komm her. Ich will ihn nur umarmen. Oh, Finn. Okay. Wir schauen uns mal um. Hier ist die Feuerschale, die wir vorher schon gesehen haben. Wir nehmen da mal das Feuer raus. Zumindest ein bisschen davon. Vielleicht können wir ihm jetzt zeigen, dass man es kontrollieren kann. Guck mal, Finn. Guck mal. Finn. Hallo, Junge. Offensichtlich nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Unser Tamagotchi und ganz viele Zeichnungen. Da ist auch der kaputte Schmetterling. Aber... Was sollen wir denn machen? Ich bin... Verbrennen. Verbrennen. Was müssen wir sonst noch verbrennen? Poor Roscoe. Nein, das Hundchen. Ich glaube, wir müssen einfach alles... ...so weit verbrennen, dass es... ...halt... ...komplett kaputt geht. ...und nicht mehr. Finn, wir regeln das. Wir sind doch deine große Schwester. Dafür sind wir noch da. Nein, das Spiel ist... ...wow. Tschüss, Roscoe. Genau. Alles, was nicht echt ist, ist egal, Finn. Ich glaube, sie wusste nicht, dass er das so schlimm finde, quasi. Das ist so traurig. Siehst du? Genau, was ich gesagt habe. Das ist voll die schöne Message. Und wir verbrennen auch noch unser Puppentheater. Daraus wird wohl nichts mehr. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass das so schlimm ist. Ich weiß nicht. Ich kann es richtig machen. Du wirst du sehen. Simon sagt, geh zu sleep. Ach, Finn. Ich weiß nicht, dass du das alles verletzt hast. Ist es eine Option? Nein. Okay, was auch immer jetzt gerade passiert ist, ähm, wir sind nicht mehr im Zug. Es ist für mich auch nicht mehr derselbe Tag und ich werde natürlich gleich zu Finn gehen, keine Sorge. Aber, oh, okay, wir kommen da gar nicht. Wir gehen also sofort zu Finn. Na gut. Wo bist du denn? Kleiner. Ach, da oben. Die Welt ist so schön, das ganze Spiel ist einfach so hübsch, ne? Das ist, wow, ich liebe es. Wo bin ich? Meine Island. Du hast keine Island. Es ist Finnland. Es ist wirklich ein Finnland. Mine ist besser. Ich wusste, dass du es magst. Jetzt müssen wir es einfach ein bisschen fixieren. Zusammen. Und dann wird es perfekt. Wie kann ich helfen? Geh ein Hunt um und sehen, was du finden kannst. Na gut. Wir sind angekommen in Finnland. Das ist, ach, ich weiß nicht. Ich finde das ganz sehr, sehr süß. Die Maus ist schon wieder so... Die Steuerung ist noch immer sehr, ähm, ekelig. Und da oben sehe ich, was ist das? Ein Glockenturm? Ein Alter vielleicht? Ich frage mich ständig, wie viel hier... Ach so. Also, ist das... Ein bisschen wärmer. Ich habe... ein bisschen von einem Vase. Das ist richtig. Hast du dir all diese Dinge gebrochen? Geh mit es. Es ist ein Abenteuer. Na gut, Finn. Dann suchen wir mal deine Vase. Vielleicht kommen wir jetzt zu diesem Haus da unten. Und was ich vorher sagen wollte... Ich frage mich immer, wie viel davon... Oh, was ist das hier drauf? Da sind Fä... Ah, da können wir dann was draufstellen. Ich möchte das Ding eigentlich wegpacken. Pack das weg. Pack das weg. Pack das weg. Ich weiß nicht mehr, wie man was wegpackt. Mist. Ich weiß nicht mehr, wie man was wegpackt ist. Ich weiß nicht mehr, wie man was wegpackt ist. Ich weiß nicht mehr, wie man was wegpackt ist. Okay. Ich weiß nicht mehr, wie man was wegpackt ist. Ähm... Ja. Ja, aus... Oh nein, wir werden wieder kälter. Upsi. Schnell zurück. Hier ist ja gar nicht... Aber hier ist nichts. Oder bin... Wartet mal kurz. Ich gucke kurz in der Steuerung nach, wie ich das Ding hier wegpacke. Okay. Mit... Pfeiltaste runter. So geht das also. Finn... Was soll denn hier jetzt... Ach, warte. Das hier? Ah, eine Gelande. Keine Ahnung, Finn. Keine Ahnung. Gehen wir hier mal wieder hoch. Wo? Okay, nein. Tut mir leid. Es muss also hier irgendwo sein. Können wir das bitte wieder rausholen? Inventor? Wie ging das nochmal? Oh mein Gott. Ah! Was? Finn, ich verstehe nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Soll ich jetzt hier ins Wasser? Oder? Wie kann ich denn... Ich brauche doch jetzt diese Papierkette. Hier. Und die muss jetzt hier... Will er, dass ich ins Wasser gehe? Kann ich nicht. Aber hier ist Wärme. Ah, cold! Finn! Ich verstehe nicht. Oh. Jetzt wird es gleich wieder kälter. Cool! Ja, ja. Finn, aber... Was ist da oben? Ach so, ich dachte, da hat sich was bewegt. Aber nein. Ähm. Lass mich mal hier raus. Ja, ja. Ja, ist okay. Jetzt, Finn. Reicht. Gehört das zum Boot? Oder... Das ist echt cool. Das hätten wir wohl wirklich sollen. Ja, ja. Ja, ja. Ich bübbere auch vor Zelte. Vor Kälte. Und darum beenden wir hier die vierte Folge von Blackwood Crossing. Wir sind in Finnland gestrandet und helfen unserem kleinen Bruder, die Insel mal ein bisschen hübscher zu machen. Mal gucken, wie das so weitergeht. Auf jeden Fall freut es mich. Habt ihr wieder eingeschalten und zugeguckt, wie ich mich durch dieses wunderschöne Spiel kämpfe. Und dann würde ich sagen, wie immer, bleibt cool, passt auf euch auf und tschau's zusammen. Ja, ja. Vielen Dank.